So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine Infofolge, wir warten alle gespannt, nämlich eigentlich auf die News zur Jahreszeit des Lichts, alle Infos dazu, die ganzen 3 oder 4 Monate oder 100 Monate, wie das dann geht, sind ja wahrscheinlich jetzt 4 Monate statt 3 Monate, dazu gibt es an sich eigentlich immer noch nichts, wir warten auf den September-Event-Kalender, die neuen Raid-Bosse, dazu gibt es irgendwie immer noch nichts, aber irgendwie gibt es doch was, nämlich jetzt nach der Spotlight-Stunde mit Dusselgur, die wir live gestreamt haben, die total komisch war, Polizei kam, sonst was, Jugendliche, Wegrennen, Rucksack, Hilfe, hin und her, 2 Shinies bekommen, eins kriegt meinen Gast, der da war, die Juell, die sitzt jetzt übrigens hier und wartet drauf, dass wir gleich Pizza machen, aber es ist was anderes angekündigt, ein riesenfettes Update zur GO-Kampf-Liga, das ist so lang und brutal, dafür müsste man ein extra Video machen, aber euch möchte ich jetzt kurz hier mal zeigen, Begrenzte Forschung zum Rotations-Pokémon Iskala Hörst du zu, passt du auf, nicht dass du sagst, ja ich guck deine Videos eh nie, aber jetzt kriegst du es an erster Quelle, dass du weißt, was am Samstag auf dich zukommt Kennst du Iskala, das Ding, was so aussieht wie ein, und dann muss man das Handy rumdrehen, dass man es entwickeln kann und bei vielen ging das nicht Iskala ist ganz besonders, weil ihr es ja nur entwickeln konntet, wenn ihr das Handy auf den Kopf stellt und dann ist erst der Entwicklungsbutton hell geworden, dass man drücken kann Bei manchen, die haben diesen, das AR, der Core, der irgendwas vom Handy hat, das nicht unterstützt, das hat das nicht erkannt, das war schon richtig mies, die konnten das einfach nicht entwickeln Hing vom Handy ab, was man für ein Handy hat, dass man das entwickeln konnte oder eben nicht So, das bekommt jetzt ein Forschungstag, eine begrenzte Forschung Wieder mal das alte Konzept, was ich überhaupt gar nicht mag, dass ihr rumlaufen müsst, müsst Stops drehen und an einem Stopp kriegt ihr eine Aufgabe und aus dieser Aufgabe kann das dann kommen und auch shiny sein Klingt jetzt so, ah, bist du zu faul rumzulaufen oder so, aber denkt an die Leute in der Stadt, die überall Stops haben und in den drei Stunden, wie das läuft Gar nicht alle Stops gedreht haben, aber immer Aufgaben hatten und denkt an die Leute auf dem Land, im Dorf, die vielleicht nur drei Stops im Dorf haben Die können also drei Stops drehen, mehr Aufgaben kriegen die nicht und daraus müssen die das nehmen Die einen können einfach da spielen, wo sie sind, die anderen, die müssen wieder 100.000 Kilometer fahren, nach Hannover vielleicht, in den Stadtpark oder so Können dort zocken vielleicht, aber es war irgendwie mal viel besser Dass du diese Aufgaben in deinem Inventar hattest und konntest die dann abarbeiten Und wenn du alle durch hattest, warst du fertig und es gab, sagen wir mal, 20 Seiten, auf jeder Seite waren immer drei Aufgaben Und das für jeden, das heißt, es war Gleichberechtigung für jeden Jeder hatte die gleiche Anzahl und die gleichen Chancen, in diesen Begegnungen dann eben das anzutreffen Jetzt bist du wieder benachteiligt, wenn du nicht viel hast, kannst du nicht viel machen Wer viel hat oder die Spoofer, die können sich jetzt tot questen und die anderen stehen wieder auf der Straße Also das war ja wegen Corona Jetzt ist Corona jetzt nicht mehr so da, aber ich fand das Prinzip, dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat Und die gleichen Aufgaben dann machen kann Trotzdem viel, viel besser Begrenzte Forschung mit Iskala Samstag, 3. September von 11 bis 14 Uhr Trainer Während wir noch dabei sind, unsere Kristallkugeln für das Psychospektakel abzustauben Könnt ihr euch schon einmal mit einem Event zu einem ganz bestimmten Psycho-Pokémon warm machen? Also es ist sogar schon im Prinzip angekündigt, dass es wieder ein Psychospektakel geben wird Gibt es dafür einen besseren Kandidaten als Iskala, das beim Psychospektakel im letzten Jahr seinen ersten Auftritt hatte Dieses Mal könnte jedoch mit etwas Glück auch schillernden Iskala in Pokémon GO begegnen Ich weiß gar nicht, wie das aussieht in Shiny Ist aber cool, dass man das in Shiny kriegen kann Würde ich aber trotzdem eigentlich besser finden, wenn dann jeder im Prinzip 100 Begegnungen hat Das löst und fertig Als dass du halt, hey, ich würde gerne noch mehr machen Weil ich bin um 11 fertig, habe keine Stops mehr Ne, um 11 fängt es an Ich bin um 12 fertig, habe keine Stops mehr Aber jetzt kann ich zwei Stunden warten, ohne dass was passiert, weil es geht ja einfach nicht weiter Ihr wisst, was ich meine, ihr wisst, was ich meine Gut, besonderes Pokémon Wenn ihr die Fotoscheiben von Pokestops dreht, erhaltet ihr Feldforschungsaufgaben, für deren Abschluss ihr Iskala begegnet Außerdem könnt ihr mit etwas Glück auch schillernden Iskala in Pokémon GO begegnen Event-Boni gibt es auch, nämlich doppelte Fang-Bomb-Boms Die Chance auf ein schillerndes Iskala ist erhöht Bei Barschma damals, dem ersten begrenzten Forschungstag, war das ja eine Heidenkatastrophe So viele Leute haben einfach gar nichts bekommen Dann haben sie die Shiny-Rade angehoben bei allen, die nach uns das gespielt haben Mittlerweile sind die Forschungstage eigentlich gut ausgeglichen, dass man gut was bekommt Aber bin trotzdem immer noch kein Fan von diesem Konzept Wilde Pokémon werden hier auch aufgelistet in allen drei Stunden Die folgenden wilden Pokémon begegnen euch in allen drei Stunden Alola Radfratz, Kramurx, Hunduster, Pfiffchen, Blanas, Zobiris, Felilu Mit etwas Glück auch galer Zickzacks Der hatte erst sein Z-Day Da braucht ihr jetzt eigentlich gar kein Glück haben, der ist eh wurscht Alola Radfratz, ja, nee, Shiny vielleicht, wer das noch nicht hat Kramurx, guter Unlichtangreifer, trotzdem kann man mal mitnehmen Hunduster für ein gutes Mega-Pokémon Äh, auch als Shiny alles Pfiffchen ist, glaube ich, auch jetzt nicht so genial Zobiris kriegt auch noch eine Mega-Entwicklung Also da, Shiny gönnen sich ein gutes gönnen XL-Bomboms gönnen Finde ich also Kramurx, Hunduster, Zobiris als drei Kandidaten hier am interessantesten Ansonsten, Pfiffchen, Alola Radfratz eben auch trotzdem auch als Shiny Der Rest eigentlich wurscht Und das sind eigentlich alle News jetzt zum begrenzten Forschungstag mit Iskalar Schreibt mal eure Meinung dazu rein Wie findet ihr das? Habt ihr schon einen Iskalar entwickelt? Hat das bei euch geklappt damals, dass ihr einfach das Handy drehen konntet? Konntet eine Entwicklung durchführen? Freut ihr euch auf Iskalar? Und was fandet ihr besser? Fotoscheiben drehen In der Hoffnung, dass man einen Iskalar bekommt Oder die fertigen Aufgaben in dem Inventar drin Auf der linken Seite bei Begrenze, die man einfach abarbeitet Abarbeitet, abarbeitet und dann ist Feierabend Was fandest du besser? Du bist ja gerade, du kannst dir direkt Live-Feedback geben Ach, sie hat schon wieder Angst vor der Katze Die wird schon wieder sich kaputt Du kennst doch bei Bar-Spa bestimmen Den Forschungstag, dass du von Stop zu Stop musstest Musstest drehen, hast eine Aufgabe gemacht Und aus dieser Aufgabe hast du dann garantiert Ein Bar-Spa gekriegt Und das konnte Shiny sein, das wurde als Shiny eingeführt Wenn du aber keine Stops hattest in der Umgebung groß Warst du ziemlich schnell fertig Und ich kann nichts mehr machen Weil du ja pro Stop auch nur eine Aufgabe immer machen kannst Und während der Corona-Pandemie Haben sie doch die Forschungstage so gemacht Dass du in deinem Links in dem Tab Einfach eine Seite hattest Da stand einfach hier Werf drei Bälle Fang drei Pokémon Mach Dings Und da hast du auch garantiert Diese Pokémon bekommen Und nach 20 Seiten War das dann fertig Du musstest also keine Stops drehen Du hast sie schon drin gehabt Und konntest die abarbeiten Weil die dir direkt zugewiesen wurden Was fandest du besser? Hatte beides vor und Nachteil Aber jetzt finde ich es gut Dass es wieder mit dem Drehen ist Mal wieder ein bisschen raus Mal wieder was sehen Sie finden es gut mit dem Drehen Bisschen raus Bisschen was sehen Das sagen auch nur die Leute Die extra eineinhalb Stunden Nach Hannover fahren Und dort im Stadtpark spielen Weil dort wahrscheinlich Gute Stopp-Dichte ist Aber wie gesagt Nicht jeder hat das Ich fand das gut Dass jeder die gleichen Möglichkeiten hat Jetzt sind es nicht Die gleichen Möglichkeiten Die einen müssen richtig was dafür tun Dass sie das effektiv nutzen können Und die anderen sind schon gesegnet damit Dass sie in Zaragoza wohnen Oder am Pier 39 Kennt man ja Die meisten werden deswegen Eh wieder Spoofen Und sagen Ach ich gehe bei mir nicht raus Das ist nichts Dann spiele ich dieses Event Wieder als Spoofer Und gehe dahin Wo viele Stops sind Wenn das anders wäre Hättest du doch auch Wie hier in Hibu Die Möglichkeit Gemütlich deine Aufgaben So abzuarbeiten Auch Wenn dir die Stops ausgehen würden Musst du ja nur dann Pokémon fangen Mit Rauch Und Modulen Und sonst was Scheint ja immer was Und der Rest dürfte passen Adi Schatz Hast du es jetzt kaputt gemacht Gut Schreibt eure Meinung mal rein Das war es von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin